Hallo und herzlich willkommen beim MIGA Caravan in Dingelspül bei uns auf dem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute haben wir das Thema, wie angekündigt, Wechselrichter. Wechselrichter, Kombigeräte, reiner Sinus oder Sinus-Emitat. Was ist der Unterschied zwischen einer Kombi und einem normalen Wechselrichter? Das ist heute mein Thema. Um euch da ein bisschen Dinge näher zu bringen, die auch ich immer wieder im Telefon und in der Beratung gefragt werde. Und da möchte ich euch zum einen mitnehmen. Und zum zweiten möchte ich auf ein kurzes Thema eingehen, was ich kürzlich in einem Video vernommen habe, wo ich persönlich komplett anderer Meinung bin. Und ja, da möchte ich euch auch noch was dazu erzählen. Und zwar habe ich gehört, dass wenn ein Fahrzeug ein Hochvolt-Solarmodul auf dem Dach hat, am Campingplatz oder auf dem Stellplatz, weiß ich jetzt nicht mehr genau, kein Strom bekommen hat. Den Zusammenhang habe ich jetzt nicht wirklich verstanden. Ja, es gibt eine Empfehlung und von der VDE-Vorschrift oder sprich Empfehlung. Und darüber will ich ganz kurz auch mit euch reden. Also, lasst uns loslegen. Riesenthemen und fangen wir am besten gleich an. Ja, fangen wir an mit dem ersten Thema. Und zwar Hochvolt-Modul auf dem Dach seien in naher Zukunft verboten. Also, so habe ich die Nachricht verstanden von demjenigen, der die in seinem Kanal hinaus posaunte. Und wie war dann der Tenor, wenn das dann soweit ist, wird das wohl an die große Glocke hängen. Weil dann müssten ja alle, die eine Reihenschaltung machen, diese wieder rückgängig machen, weil diese nicht mehr erlaubt wären. Also, es gibt von der VDE eine neue VDE-Norm. Und die besagt, dass man, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau die Grenze, ich glaube es waren 48 Volt, 48 oder 49 Volt, dass man keine höhere Spannung mehr auf dem Fahrzeug montieren darf. Also, die Empfehlung, die ist richtig, die stimmt. Aber, dazu muss man eins sagen. Also, zum einen müssen wir ja mal unterscheiden, von welcher Spannung redet man denn eigentlich. Von der Spannung, die das Modul kann, oder von der Spannung, die unten dann letztlich rumkommt. Weil, wenn auf dem Modul steht, Hochvolt-Modul 50 Volt, dann kann das das Modul. Aber, das ist der größte Idealfall, der im Jahr, keine Ahnung wie oft vorkommt. Ich glaube, das ist zu vernachlässigen. Das Zweite ist, VDE ist eine Empfehlung. Das ist kein Gesetz. Das ist keine Grundlage für, das ist gesetzlich so geregelt, sondern VDE-Normen sind eine Empfehlung, wo eine, ja, eben Empfehlung ausgesprochen wird, so sollte man es tun. Aber, das ist nicht bindend. Also, das ist auch mal klar vorweggenommen. Es ist natürlich eine Richtlinie, an der man sich halten soll, ganz richtig. Aber, es ist totaler Quatsch, wenn man so eine These aufstellt und sagt, ein Kunde oder ein Wohnmobil käme auf keinen Campingplatz mehr, wenn er ein Hochvolt-Modul hat. Also, erstens mal können wir Dinge nicht rückwirkend abwickeln, weil bis dato war das überhaupt kein Problem. Und das wird auch in Zukunft kein Problem sein. Nur, man kann ja jetzt nicht, vor allem bin ich mal gespannt, wie das dann alles kontrolliert werden soll. Also, auf den Campingplätzen gehen wir dann rum mit einem Voltmeter und messen erst einmal die Spannung vom Wohnmobil und krabbeln auf dem Dach rum. Oder wie soll das funktionieren? Also, totaler Schwachsinn, wenn man solche Thesen in den Raum setzt, weil ich wüsste gar nicht, wie das in der Praxis umsetzbar sein soll. Aber gut, behaupten kann man ja alles. Und man kann ja immer mal eine rausschießen, um wieder Menschen einzuschüchtern. Bloß ich sage euch ganz ehrlich, wir sind da ganz nahe dran. Und ich habe auch alle VDE-Vorschriften da. Und wir sind auch in sämtlichen Verbunden und Vereinen. Und totaler Quatsch. Also, lasst euch da nicht verunsichern. Es ist Schwachsinn. Einfach ganz normal machen. Eure Solaranlagen sind alle top. Und auch wenn man mal was in Reihe geschalten hat, was effizienter ist, nach wie vor, habe ich ja auch schon in einem Test so bewiesen, dann ist das auch nach wie vor erlaubt. Und da gibt es kein Gesetz dagegen, dass sowas verboten wäre. Also, das mal vorab. So, jetzt möchte ich aber noch zum Thema Wechselrichter und Kombi-Geräte eingehen. Und dazu gehen wir mal ganz kurz an unseren runden Tisch und schauen uns da mal die Gerätschaften an. So, jetzt sitzen wir hier an unserem Tisch, wo ich drei Geräte mal vorbereitet habe, in verschiedenen Klassifizierungen, in verschiedenen Preisklassen. Wir fangen einfach mal an mit dem Kleinsten hier. Das ist ein ganz einfacher, reiner 600 Watt-Sinus-Wechsler. Schaut so aus, relativ klein vom Gehäuse her. Für was kann man den nutzen? 600 Watt reicht natürlich aus, um E-Bikes zu laden, um kleine Gerätschaften, Ladegeräte und so weiter zu betreiben. Das ist hier schon mal ein ganz großes Thema. Das ist nämlich schon mal die erste Entscheidung, was möchte ich denn in meinem Wohnmobil alles betreiben und welches Gerät ist denn dazu das Richtige? Brauche ich immer unbedingt 1800 Watt oder 3000 Watt oder reichen auch 600 Watt? Hier muss man sich ganz klar die Frage stellen, wie gesagt, welche Geräte betreibe ich, was soll alles funktionieren, was soll gleichzeitig funktionieren beziehungsweise wie viel Watt brauche ich denn von dem Wechselrichter? Der 600 Watt-Wechselrichter ist gut für alle jeglichen Ladegeräte in Form von Laptop, Handy und so weiter. Wie Kaffeemaschine wird es schon schwierig, aber alles, was nicht heizt, nicht kühlt, kann man damit eigentlich schon mal ganz gut betreiben, ob es ein Fernseher ist, ob es Antennen sind, was alles so ansteht. Wenn wir natürlich was haben, was heizt, wie Kaffeemaschine, Föhn, Thermomix, dann brauchen wir natürlich weitaus mehr Energie. Da müssen wir dann gucken, was steht denn eigentlich auf dem Gerät drauf, wie viel Watt braucht das Gerät, wie viel Watt hat das Gerät, um dann festzustellen, okay, ich brauche da den und den Wechselrichter. Zu empfehlen sind dann natürlich immer wieder ein bisschen mehr zu nehmen, damit einfach so ein bisschen Reserve da ist, weil die meisten Wechselrichter, wenn sie an ihre Grenzen kommen, an die angegebenen Grenzen, wie hier zum Beispiel 1800 Watt bei dem Dometic steht, erreicht man natürlich ganz schnell die Grenze und ich behaupte, wenn man den hier mit 1800 Watt belastet, dann nach 5 Minuten, 10 Minuten schalten die Dinger ab. Anders natürlich bei einer Kombi von WCS, zum Beispiel, wenn da 3000 draufsteht, auch schon selber probiert, gehen da locker 3400, 3500 auch ohne Probleme. Was ist jetzt aber eigentlich letztlich der Unterschied zwischen einer Kombi und einem Wechselrichter? Ja, der ist eigentlich relativ einfach. Kombi ist eine Kombination aus Wechselrichter und Ladegerät. Warum macht man sowas? Effektiv ist es auf alle Fälle wesentlich effektiver. Zum einen habe ich ein anständiges, sauberes Ladegerät, der hier zum Beispiel macht bis zu 200 Amperestunden Ladestrom. Das heißt, ich kann meine Lithium-Akkus, wenn man da drei, vier Stück verbaut hat, gerade bei den größeren Fahrzeugen, teilt sich ja dann der Ladestrom, maximale Ladestrom plus geteilt durch Batterieanzahl. Dann kann es schon mal sein, dass man ohne Probleme mit 200 Amperestunden gut laden kann und die Batterien relativ schnell und zackig vollbringt. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir haben viermal 100 Amperestunden Batterien, das sind 400 Amperestunden Lithium, dann kann ich natürlich sagen, bei 200 in zwei Stunden von komplett leer auf komplett voll, ist schon echt eine Nummer. Also da macht dann das Ganze schon richtig Spaß. Der nächste größere Vorteil von einer Kombi ist die sogenannte Landstrombegrenzung. Was ist denn eigentlich eine Landstrombegrenzung? Das ist relativ einfach. Die Stellplätze bei uns in Deutschland sind ja meist mit 16 Ampere abgesichert. Gehen wir aber mal ins Ausland, zum Beispiel nach Griechenland oder nach Italien, da kann schon mal vorkommen, dass der einzelne Stellplatz nur mit 8, 10 Ampere, keine Ahnung, abgesichert ist und dann würde ja letztlich, wenn ich da ein Gerät anschließe, wo ein bisschen mehr Saft braucht oder mein Cappuccino ziehe und meine Frau sich gerade die Haar föhnt, die Sicherung vom Stellplatz fliegen. Was immer ein bisschen unangenehm ist, da muss man wieder aus dem Fahrzeug raus, muss gucken, woran liegt es und so weiter. Hier habe ich eben einfach den Vorteil bei der Kombi, dass ich dann den Landstrombegrenzung, das ist der Drehregler hier, auf die jeweilige Sicherung, die der Stellplatz hat, andrehe. Das heißt, wenn wir jetzt hier mal gucken, stellen wir auf 8 Ampere, dann schmeiße ich meinen Föhn an, mein Cappuccino-Automat oder meine Fridöse oder mein Induktionskochfeld, dann nimmt der Wechselrichter beziehungsweise Haltstopp, dann nimmt das Gerät 8 Ampere vom Landstrom und die restlichen, wo noch fehlen würden, die würde dann der Wechselrichter durch die Kombi automatisch aus dem Akku mit hinzusteuern. Und somit kann ich auch 12 Ampere ziehen. Das heißt, 8 Ampere kommen von Land, 4 Ampere kommen von meinem Akku, läuft Gerät, funktioniert, Sicherung fliegt nicht raus, ich kann ganz gemütlich stehen bleiben, überhaupt kein Problem. So wie ich meine Kartoffeln fertig gekocht habe oder mein Menü fertig ist oder meine Haare trocken sind, schalte ich das Gerät aus, dann wird die Kombi durch das eingebaute Ladegerät sofort meinen Akku wieder laden, bis er wieder voll ist und alles ist im grünen Bereich. Und so kann ich immer vollautomatisch die 16 Ampere nutzen, weil ich die immer durch die Landstrombegrenzung entsprechend zur Verfügung habe. In der Kombination aus Landstrom und meiner Lithium-Batterie. Und das ist natürlich eine tolle Geschichte, was diese Kombi kann. Und, wie gerade schon angedeutet, man hat natürlich ein effektives Ladegerät, nennt nur einen höheren Ladestrom, natürlich auch die richtigen Ladekennlinien, damit die Akkus schonend und gut geladen werden mit der richtigen Ladekennlinie, die man da natürlich effizient einstellen kann. Denn die Schwierigkeit ist, bei den meisten Ladegeräten, die wir draußen so haben, die draußen in den Fahrzeugen sind, CBE-Ladegeräte und so weiter, sind nicht alle immer so toll einstellbar. Und da ist das natürlich auch ein richtiger Meilenstein. Ja, dann komme ich zu Sinus, Sinus Original oder Sinus Imitat. Dazu blende ich euch mal hier oder hier oder oben, mal schauen, wo ich es hinschaffe, zwei Diagramme ein. Und da sieht man schon einmal hier das Sinus Imitat, Gefolgt vom Sinus Original. Ihr erkennt einwandfrei den Unterschied und manche Geräte kommen eben einfach mit der Imitat-Sinus-Kurve nicht wirklich klar. Das sind dann so die etwas günstigeren Wechselrichter. Da auch Leute echt aufpassen, denn es gibt Geräte, Ladegeräte, Halogenlampen, selbst Kaffeemaschinen, die kommen mit dem Sinus Imitat einfach nicht klar. Und ich habe einmal so eine kleine Liste gemacht, also da weiß ich, dass zum Beispiel Hi-Fi-Anlagen, viele haben Pose oder sonstiges im Fahrzeug verbaut, oder Klimaanlagen, auch immer wieder ein Thema, genauso aber wie eben Ladegeräte, Kaffeemaschine und Halogenleuchten definitiv eine echte Sinus-Kurve brauchen. Bei der Kaffeemaschine, da weiß ich es auch, also da muss man schon wirklich laufen, bis man eine hat, die ein Sinus Imitat kann. Also es sind nicht viele und da muss man auch darauf achten, dass man immer eine echte Sinus-Kurve hat. Leider sind die Wechselrichter natürlich etwas teurer, weil sie aufwendiger sind, weil sie qualitativ hochwertiger sind. Und ein Wechselrichter mit einer echten Sinus-Kurve kostet halt einfach zwangsläufig ein bisschen mehr Geld. Ja, dann haben wir noch die Thematik Gewicht. Denn es gibt ja Bauform und Gewicht, sind auch zwei so Riesenthemen. Man sieht den Riesenkoffer hier, der hier steht. Also das zum Beispiel ist ein Riesengerät. als 1800 Watt, wenn ich jetzt überlege, wenn ich jetzt die kleine Kombi hier dazunehmen oder daneben legen würde, die hat gerade mal, die hat 3000 Watt und wiegt gerade mal 6 Kilo. Da ist das schon ein echter Klopper dagegen. Auch das ist eine Geschichte, je kleiner und kompakter und je leichter das Ganze wird, auch hier, desto teurer wird es natürlich, weil desto mehr Mikrotechnik steckt da natürlich drin. Klar kostet das Gerät natürlich dann auch effektiv wesentlich mehr. Ist aber auch von der Verbauungsart, von der Stabilität, von der Qualität wesentlich hochwertiger. Muss man ganz klar sagen. Und da ist auch echt ein Riesenunterschied. Dann kommt es natürlich auch so ein bisschen, wo man auch drauf achten muss, auf den Eigenverbrauch von den Geräten drauf an. Also 1 bis 2 Ampere ist normal. Drum natürlich nicht immer den Wechselrichter anhaben oder ständig anlassen. Nur bei Gebrauch oder eben auf Standby. Dann schaltet der sich ja immer wieder ab, wenn man ihn mehr braucht und alles ist. Ja, dann kommen wir einfach mal zur Anschlussart bei solchen Wechselrichtern. Was immer auch ein riesen, riesen Thema ist. Hier bei den 600 Watt Wechselrichtern ist es jetzt nicht ganz so dramatisch. Aber auch hier sehen wir, wir haben zwei etwas stärkere Kabel, die in das Gerät reingehen. Das ist ganz wichtig. Hier haben wir den Eingang. Rot plus, schwarz minus. Die Leitungen hier sind natürlich vom Querschnitt abhängig. Je nach Länge, wo ist der Wechselrichter verbaut. Und wie viel Watt hat er? Denn dadurch errechnet sich natürlich der Leitungsquerschnitt. Es ist bitte ein Schwachsinn zu sagen, ich verbaue jetzt einen 3000 Watt Wechselrichter, gehe 5 Meter von der Batterie weg und nehme dann ein 50 Quadrat Kabel oder ein 35 Quadrat Kabel, weil der läuft ja nicht lang. Ich brauche den ja nur kurz. Also das ist totaler Quatsch. So kann ich als Werkstatt und als Fachbetrieb natürlich nicht arbeiten, weil wir müssen natürlich immer davon ausgehen, die 3000 Watt waren vollendst ausgenutzt und auch über eine längere Zeit, weil Kartoffelkochen geht nicht in 5 Minuten, wenn man Induktionskoch fällt, zum Beispiel, damit betreibt. Ich habe aber alles schon selber mit eigenen Augen gesehen, darum betone ich das auch so, damit man da wirklich aufpassen muss, damit die richtigen Querschnitte verbaut sind und verwendet werden. Zum richtigen Querschnitt gehören aber auch die richtigen Kabelpressschuhe, denn auch die haben qualitativ riesengroße Unterschiede, genauso wie Verteiler, Masse- und Plusverteiler. Auch die müssen die Ströme abkönnen. Also mal eben sagen, ich haue da einen Wechselrichter rein, nehme da so einen vergoldeten keine Ahnung was-Verteiler. Das wird nicht funktionieren, da bauen wir uns lauter Übergangswiderstände und Heizelemente, weil das wird alles fürchterlich warm. Drum immer drauf gucken, qualitativ an der Stelle echt nicht sparen, das ist ganz wichtig. Genauso muss auch immer die Leitung abgesichert werden mit einer Sicherung, die haben wir hier verbaut, da muss die restliche Leitung natürlich zum Wechselrichter abgesichert werden. Immer darauf achten, dass die hoch genug ist, aber nicht zu hoch ist, damit es auch anständig abgeregelt wird. Dann haben wir auf der Seite noch einen Punkt und zwar haben wir hier eine kleine Schraube. Die Schraube hier, diese Leitung, ist auf Masse zu setzen, sprich auf Gehäuse, auf Gehäuse, also Fahrzeug-Chassis. Das ist natürlich eine Gehäuseerdung, damit hier keine Problematik entsteht, müssen wir hier eine Leitung noch zusätzlich ziehen, damit dieses Gehäuse auch anständig geerdet ist. Und ja gut, hier muss ich ja nichts sagen, plus Rot für Batterie, Schwarz-Minuspol-Batterie. Dann drehen wir den ganzen Sums um, dann sehen wir hier einen ganz normalen Schuko-Stecker und einen Schalter. Ein-Aus, 1, 0, 2. 2 ist für einen Fernbedienungsanschluss und 1, 0 kann ich den manuell ein- und ausschalten. Hier haben wir eine Schuko-Steckdose. Solange ich den Wechselrichter so einfach reinschraube, das dürfte ich noch, da brauche ich auch noch keinen Fi verbauen. Dann kann ich hier das Gerät anstecken und alles ist gut. Oder eben eine Steckdose, alles gut. So wie ich aber, und ich als Fachbetrieb verbaue es ausschließlich so, so wie ich aber alle Steckdosen im Fahrzeug unter den Wechselstrom, also Wechselrichterstrom setze, das heißt, ich habe ja eine Verteilung drin, ich gehe in die 230-Volt-Verteilung, muss ich hier am Ausgang noch mal einen Fi setzen. Also nach diesem Ausgang einen Fehlerschutzschalter und erst dann darf ich an die ganzen Steckdosen gehen. Ist ein, ja, ich sage jetzt einfach mal, überlebenswichtige Maßnahme, denn wenn ich einmal ein defektes Gerät habe, wo nicht mehr einwandfrei funktioniert, Wasserkocher oder irgendwas, ist durchgebrannt, dann bin ich natürlich froh, wenn ich einen Fehlerschutzschalter noch dazwischen habe, der mich schützt vor dementsprechenden Stromschlägen, die dann nicht durch mich, durch meinen Körper gehen, sondern rechtzeitig das Ding abschaltet. Und das ist eine ganz wichtige Installation, die gemacht werden muss, das zum Beispiel ist eine Vorschrift, die muss gesetzt werden und ist auch natürlich lebensrettend, geht auch gar nicht anders. Also ist ja auch in jedem Installation im Haus, in den neuen Installationen müssen ja überall Fehlerschutzschalter installiert sein, so natürlich auch zwangsläufig im Kfz. Und jetzt kommt bestimmt gleich wieder die Frage, ja, aber wie funktioniert denn das, wenn das Fahrzeug nicht an dem Stecker hängt, sprich am Landstrom hängt, dann kann doch gar kein Fehlerschutzschalter funktionieren. Doch kann er und tut er auch, wenn man richtig verbaut. Wie das allerdings geht, dazu kann ich nur sagen, dafür gibt es Fachbetriebe, die das gelernt haben, die zertifiziert sind dafür, wie auch wir, die ihre Meister haben, wie auch wir, dass wir da anständig dementsprechend arbeiten und auch das gehört natürlich zu unserer Fachausbildung dazu. Wir haben aktuell zwei Meister beschäftigt, die da mehr wie kompetent sind in dem ganzen Thema und da wissen wir schon ganz genau, was wir auch tun. Ganz wichtig ist eben, dass das Leben geschützt wird durch solche Fehlerschutzschalter und natürlich entsprechend anständig verbaut ist das Ganze. Ja, dann haben wir noch ein Thema und zwar Netzvorrangschaltungen. Wenn wir so einen Wechselrichter verbauen, dass alle Steckdosen unter Strom sind, nicht nur eine, sondern wirklich alle, dann müssen wir natürlich auch folgendes beherzigen und zwar eine Netzvorrangschaltung. Eine Netzvorrangschaltung regelt den Vorrang vom Landstrom gegenüber dem Wechselrichter. Hätten wir die ist nicht drin, also dieses Gerät zum Beispiel hat dieses nicht inkludiert, da müssen wir extra Kästchen verbauen, wo eben diese Netzvorrang Schaltung gewährleistet. Hätten wir dieses nicht und wir würden den Wechselrichter anhaben und würden gleichzeitig Landstrom anstecken, dann würde es einen riesen Knall tun und dann hätten wir einen Kurzschluss und nichts wird mehr gehen. Die WCS-Kombi zum Beispiel hat dieses inkludiert, also sprich da ist diese Netzumschaltung hier innen drin, drum muss auch dieses Gerät immer eingeschaltet sein, wenn ich am Landstrom bin, einfach einschalten, dann wird der Strom durchgeschleift und wird automatisch durch den Wechselrichter Vorrang haben und schaltet den Wechselrichter auf die Seite. Das macht auch das Kästchen was man hier zusätzlich verbaut. Eine Netz Vorrang Schaltung heißt, der Netz Vorrang, also der Landstrom hat immer Vorrang, wird durch Relais dementsprechend durchgeschaltet und falls der Wechselrichter noch an ist, wird dieser weggeschaltet, sodass es eben keinen Kurzschluss mehr gibt. Jetzt möchte ich euch noch ein kleines Feature zeigen, zum Beispiel hier bei der WCS Kombi ein relativ super Feature, denn Erklärung ist ja oft immer das eine, wir haben hier einen QR-Code, da gehe ich einfach mit meinem Handy kurz drauf und klicke dann dementsprechend an und schon habe ich die gesamte Anleitung von der WCS Kombi auf meinem Handy. Das ist natürlich ganz praktisch, weil das Bedienteil oben am Display oder irgendwo zugänglich verbaut ist, wo man auch ohne Probleme dann entsprechend diesen QR-Code scannen kann. Blöd wäre es natürlich, wenn es irgendwo unterm Sitz wäre oder sonst was, wo man nicht mehr hinkommt. Manche Batterien haben so komische QR-Codes, die dann, wenn dann unterm Sitz verbaut sind, oben drauf sind, wo man ja überhaupt nicht mehr richtig zum Scannen hinkommt, weil das ja, verstehe ich zwar nett, aber das ist ein bisschen doof gemacht. Aber hier kann man einwandfrei dementsprechend diesen QR-Code abscannen, dann kommt die komplette Anleitung und man kann sich sofort wieder, falls man was vergessen hat, dementsprechend belesen. Ja, das waren jetzt eigentlich meine Punkte zum Thema Wechselrichter. Wir müssen die Leistung bestimmen für uns, wir müssen wählen Wechselrichter oder Kombi, dann Sinus, Sinus Emitat, das sind die Punkte, die wichtig sind, damit wir überhaupt wissen, was wir eigentlich damit anfangen wollen, um diese Entscheidungen zu treffen und dann natürlich noch Bauform, Gewicht und Preisleistung. Ich persönlich sage, momentan auf dem Markt ist die WCS Kombi wie auch der WCS Wechselrichter unschlagbar, qualitativ, sowie aber auch Preis-Leistung. Auch die neue Kombi, die kommt mit 1500 Watt wird ein Preisschlager werden, genauso wie ein technisches Wunderwerk und da freuen wir uns auch schon riesig drauf, wenn wir die bei uns im Hause zeigen können. Ja, das sind die ganzen Themen, die ich euch ansprechen wollt. Anschlussart, Landstrombegrenzung, Landstrombegrenzung und Netzvorrangschaltung, so muss ich sagen. Und ich glaube, wir haben soweit alles besprochen und ich habe soweit alles angesprochen. wenn noch irgendwelche Themen offen sind oder ich was vergessen habe, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich bin natürlich immer bereit, die zu lesen und auch zu beantworten, so wie ich kann. Und ich freue mich über rege Diskussionen und ich freue mich auch schon wieder auf unser nächstes Video. Da haben wir auch wieder eine tolle Sache vor und ich sage schon mal ganz, ganz lieben Dank. Ja, ich sage ganz lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat einigermaßen den Inhalt gehabt, der für euch interessant ist. Wenn noch irgendwelche Themen offen sind, Wünsche sind oder ich was vergessen habe, schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare. Ich würde mich freuen über jeden Einzelnen oder über die Erfahrungen, was ihr habt mit Wechselrichter, sprich Kombigeräte, was euer Thema ist, seid ihr zufrieden mit denen, was ihr habt, Ausfälle, keine Ausfälle, reicht euch die Leistung von den Geräten, es geht ja immerhin um die Autarkie, was möchte ich autark betreiben, darum brauchen wir einen Wechselrichter, sprich eine Kombi. Die Autarkie wird immer wichtiger waren, die Steckdosen immer knapper, der Strom immer teurer, somit ist die Autarkie immer berechtigter und ich freue mich da richtig drauf von euch eure Erfahrungswerte und eure Meinungen dazu zu lesen. Die Anschlussarten und genau die Anschlussarten und die teilweise richtigen Verklemmarten bitte ich um Verständnis, wir machen natürlich keine Anleitung zu do it yourself, aber wir wollen natürlich schon so grob alles so ein bisschen aufarbeiten, damit man weiß, um was es richtig geht. Ja, in dem Sinn bedanke ich mich ganz herzlich, ich wünsche euch noch ein wunderschönes Restwochenende, draußen scheint ja wieder richtig die Sonne, es ist wieder richtig heiß, toll, vielleicht seid ihr unterwegs mit eurem Camper, vielleicht liegt ihr im Garten und habt eine schöne Zeit, ich werde heute Abend nach Dinkelsbühl zu unserem Campingplatz gehen, um dort ein leckeres Schnitzel zu essen, weil das ist echt richtig klasse dort und bei DC Camp und da freue ich mich auch schon richtig drauf und nochmals ganz lieben Dank, passt auf euch auf und bleibt gesund gesund und dann sehen wir uns im nächsten Video Ciao Ciao Ciao